Heute zeige ich mal, wie man in Premiere Videoclips nach dem Erstelldatum sortieren kann. Ich habe hier meine Clips alle erstellt an einem Tag und wenn ich jetzt die Clips nach der Uhrzeit sortieren will, dann gehe ich bei der Tabelle ganz nach oben auf Name, klicke rechte Maustaste, Metadaten anzeige und jetzt gehe ich hier auf Einfach und wähle Erstelldatum aus, klicke OK und jetzt sehen wir, wenn ich jetzt ganz nach rechts gehe, dass jetzt hier ein neues Feld erstellt wurde, Erstellungsdatum. Da sehen wir auch die Zeiten, also hier zum Beispiel 14.26 Uhr, hier 12.33 Uhr und dieses Feld kann ich auch mit der linken Maustaste gedrückt halten und dann nach links ziehen. Ich ziehe es jetzt neben die Framerate und wenn ich jetzt die Uhrzeit sortieren will, klicke ich einfach auf Erstellungsdatum und jetzt sehen wir, das erste Video ist bei 17.19 Uhr und das letzte bei 16.54 Uhr und wenn ich das umkehren will, klicke ich einfach nochmal auf Erstellungsdatum und jetzt habe ich von der Uhrzeit das früheste Video, also hier 11.35 Uhr und hier ganz unten 14.41 Uhr und so könnt ihr dann euer Clips ganz einfach nach der Uhrzeit sortieren. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss!